Mission abgeschlossen, Insel der Dämonen. Soviel zu dem ausländischen Händler, den ich verfolgt habe. Ich wollte ihn angefangen nehmen und als Druckmittel einsetzen, aber jetzt ist er tot. Man erntet, was man sät. Tata-Hatoru-Hanzo-Belohnung, yeah. Du hast ein himmeliges Fragment erhalten und wenn du es während einer Mission benutzt, verlierst du dein gesamtes Armritter. Du kannst sie doch zurückhalten, indem du die Mission abrissst. Die Mission Grundlagen der Steuerung wurde zum Dojo hinzugefügt. Die Mission Angewandte Steuerung wurde zum Dojo hinzugefügt. Die Mission Der Weg des Ninjas Neuling wurde zum Dojo hinzugefügt. Zwei Lichtmissionen, der gesegnete Dorf freigeschaltet. So, wir haben hier Nebenmissionen, Tod den Banditen. Ausgangspunkt tief in den Schatten. Hauptmission. Und das ist Dojo, ne? Ausgangspunkt. Erst Nebenmissionen oder weiter zur Hauptmission? Zehn und zwölf. Ich glaube, wir müssen erstmal leveln. Deswegen machen wir erstmal hier... Okay, Junge, Belohnung. Missionsstufe zehn. Das ist halt schon heftig. Aber machen wir erstmal hier. Ich dachte, die von den ausländischen Händlern ausgehandenen Banditen wären besiegt. Doch anscheinend habe ich mich geirrt. Manche von ihnen sind noch auf der Reihenfuß verbrengenden Dorfbewohnern, William. Du bist geschickt im Kampf gegen Dämonen. Vielleicht kannst du eine Miss... Fähigkeiten da auch einem Mitmenschen einsetzen. Die noch übrigen Banditen sind nur ein zusammengewürfelter Haufen. Schalt den Anführer aus, damit der Rest schon davonläuft. Okay. Tiefen ist aber nicht jetzt hier wieder auf der Insel. Na doch. Oder ne? Gehen die restlichen den Anführer ausschalten? Dann werden wir das mal tun. Wir brauchen noch ein bisschen leveln. Deswegen tun wir das. Kurujima ist eine Kleinsinnel voller Küste von Usuki in der Provinz Bungo auf Guji. Es gibt nur wenige furchtbares Land, da die Küste schnell in Klippen und Berge übergeht. An die gestattete Insel beklammert sich ein winziges Fütterdorf. Das wurden ihr Einkommen durch Ackerbau auf der Hügel geschlagene Fälle ergänzen. Ihr einfaches Leben unterscheidet sich örtlich von dem des Dorfältesten, dessen größtiges Anwesen auf dem höchsten Gipfel der Insel betont. Es wirkt seltsam überdemonstiert für den kleinen Insel. Ah Mann, das ist doch das gleiche Insel wieder, wie gerade eben. Ah, wir sind wieder hier. Okay. Um nur, dass der Dämon diesmal tot ist. Tot! Tot! Ich will aber, ich glaube, die Axt weglegen. Ist zwar richtig stark. Ich weiß nicht. Wir sind zwar mit der Axt richtig stark. Doch, ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Axt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Was haben wir denn eigentlich noch an? Ihr könnt mal das Zeug benutzen. Zack. Ist auch mal weg. Haben wir noch irgendwas, was wir einsetzen müssen? Elixier ist ein kleines Wasser. Klar, der Sackpulver aus einem zermahlenen Schwertschleifstein erhöht übrigens die Vertrautheit. Schwertschleifstein. Ein Werkzeug zum Schaffen von Klinge erhöht den Vertrautheitsgrad der Ausgerissen Waffe um 150. Japanische Schwertschleifsteine sind für höchster Qualität. Boah. Okay, heiliges Wasser. Dieses Schwert wurde für das Selbstmordreal einer berühmten Generalsverwendung bei Haraki aus Seppu genannt. Es handelt sich um einen Ritter im Selbstmorddurchgangsschleifstein. Ah, okay. Ich will nicht zurückkehren. Nein. Ich mach mal das noch rein. Die haben auch... ...zu viel Scheißdreck. Der Wahnsinn. So viel Scheißdreck. So viel Scheißdreck. Oh, eine Holzhammer haben wir gekriegt. Boah, der macht... ...leicht Damage, hä? Das ist aber alles schwächer. Ich glaub, wir nehmen mal einen Holzhammer und probieren den dann aus. So. Kann ich kurz mal beten. Lass mich beten. Beten. Damit wir dieses Spiel überstehen. Die Fähigkeit Jutsu bereit machen wurde freigestellt. Jutsu bereit machen. Oh, wir haben ein bisschen... ...sachen dazugekriegt. Körper, Herz. Widerstand. Ja. Erleben wir schon ganz nice. Das nächste... ...Herz. Beinflussgeheb. Hauptsache, ich brauche ein Schwerter und Bögen. Ja. Kann ich jetzt nichts mehr. Nehme ich die zwei. Das passt schon mal. Gut. Opfer darbringen. Ja, wir haben so viel... ...Scheißdreck. Opfern. Und Exier gekriegt. Gut. Den Bogen weg. Den Bogen weg. Ich werde nicht meine... ...das weg. Äh, nochmal ein Elixier erhalten. Das finde ich gut. So viel Waffen. Was the fuck? Schon ein bisschen viel, was ich da eingesammelt habe. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen verkaufen. Ja, weg. Mal auch weg. Ist auch weg. Das Speer auch weg. Auch weg. Die Axt weg. Nochmal ein Elixier. Lundenschutz weg. Kleines Steinchen. Lundenschutz. 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 Lundschutz. Lundschutz. Ba, 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 ba. Noch mein Elixier. Alter. So viel. Pfeile. Auch weg. Und das nehmen wir auch weg. weg 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 alles opfern hier opfern 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 und schuhe opfern 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 das auch noch weg ich nix opfern kann ja eigentlich noch so viel weg machen zu zubereit machen schulden vorbereitet ja schule konnten haben wir ein paar schule kann so eine andere Sache wäre Fähigkeiten an Boppelkatana Kralle ich habe leider nur die Sachen ja ich habe leider Axt kann ich natürlich auch verbessern jetzt haben wir drei Fähigkeiten nehme ich jetzt einfach mal mit okay wir sind aber getan gesagt getan wir müssen morden müssen umbringen na komm zack mit dem Hammer umgenietet wo ist denn der zack da bist du weg da bist du weg Gott sei Dank der Dämon ist auch weg gut sei Dank irgendwie was nichts ich muss irgendwo da hoch durch das Dorf da nach oben alles kaputt machen Pfeile nehmen zack den Anführer ich will gar nicht wissen was das für ein Anführer ist ist ja so ein richtiger krasser Typ na komm zack 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 oh 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 lasst mich in Ruhe aua japp fast fast alle alle umgenietet der hat ein Schwert die anderen zwei hat es erledigt ah nein nicht ganz oh 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 erst mal ihn ja bitte erledigen danke ja ich bin viel zu langsam mit dem Hammer au warum ist das schneller ja dann bringt er mich fast um oh was schnelleres das geht gar nicht es geht nicht nicht mit diesem Holzhammer Schuko 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 was habe ich hier 83 die machen weniger die Ketten ja passt ist ok nehme ich so schneller sein schneller 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 hier was drin da ist was gib mir Zeug gib mir mehr da hinten noch dahinter liegt noch einer oh das ist unfair du kommst du kommst da einfach her und meins du kannst mich umbringen springst von oben runter und überrasst mich hier nein 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 so nicht kleiner Fratz so ist hier jemand hallo er ist leider nicht tot aber jetzt gib mir Zeug Jukai Wasser immer noch Jukai hab ich jetzt gesehen ah ja da oben ja bewegt mich richtig schnell das ist der Wahnsinn nichts 13 der haut mich weg ähm so jetzt passt's wieder hallo hallo da rennt einer dann lass ihn hinter die Häuser rennen einer weniger öpa zack zack und uah auch weg gut eine nach dem anderen killen wir hier mitnehmen dankeschön wetzstein hier ist sonst gar nichts da oben ist noch was wie komme ich da hoch ich muss doch hier irgendwo noch die Leiter haben wo ich nach oben kann war da nicht was hier hinten wird es hier auch in der sein ja da kommt er schon angerannt ja da hat's geblutet war mein Freund zack weg mit dir kleiner Eisen Eisen hier komme ich hoch ist nichts einmal hoch ich will das Zeug haben gib mir mehr auch nix nix besonderes wow der hat gesessen warte ich komme du bist leicht blutig mein Freund leicht und tschüss werter Genosse Samurai eins alles meins hier hinten hockt keiner okay hockt hier keiner so der Anführer wo ist dieser Anführer ähm wo ach da da komm zack da bist du down wie komme ich da hoch irgendeine Leiter nichts auch eine Leiter eine kleine Leiter Leiter auch nichts anscheinend komme ich hier nicht so schnell hoch kann ich hier aufmachen nein natürlich die Tür gehe ich nicht auf keine Ahnung wie ich da hochkomme ey Kollege bringt ja nichts der hat au das tat weh das tat auf jeden Fall weh dann trifft er nochmal zack na komm und tschüss weniger einer weniger auf dieser herde dieser schrecklichen herde ich kann nicht wissen was das Anführer wieder ist ja mich dann wieder es kann ich kaputt machen noch einer der war alleine okay da hockt noch einer natürlich lass mich lass mich lass mich lass mich in Ruhe also also ich weiß du bist du kleiner porno und tschüss es war knapp hätte er mich jetzt richtig gehauen hätte er mir noch ein bisschen Schaden zufügen können nur ein kleines bisschen gott muss ich da rein boah ist mich gerade voll erschrocken oh da sind zwei eine kitzte du kriegst gar nicht mit nein lass mich lass mich nein 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 komm nein 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 du kleiner Schwertkämpfer du gleicher Schwertkämpfer wie ich ja komm und der kopf ist weg hier ist alles auf die töre habe ich auch geöffnet und Truhe gib mir stuff stuf wo muss ich weiter lang da liegt noch was bin ich mit da unten auch keiner ok wird dann vorher oben auf den bergen sein kann es gut sein wir waren hier eigentlich eigentlich doch hier gehe ich nicht hinter sehe ich gar nicht ein er hier voll am campen hinter den toren jemand an den toren da kommt einer cut hinauf zack der ist auch weg lass es sein ok der sperrkämpfer da oben der sperrkämpfer sonst rennt hier da drin ist nur einer noch ein bitzele kille doch runter da woher kam ok trotzdem alles erfahrungspunkte klar die können mich alle umbringen aber ja fast fast tschüss kollege er hier da oben geht es nicht lang ok dann muss ich runter hat es ja das schon übrig kann ich mal meine waffe ausprobieren boah kopf weggeschossen 5000 schaden nehme ich gerne mit ey ist der lancelot oh god noch mal einer headshot wieder ein kleiner sperrfritze 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 hey du hast keine ausdauer mehr egal bist tot mir wurscht nächster hinten liegt auch immer was mach oder auch nicht voll die verarsche denn da hat es geleuchtet ich habe es genau gesehen au au ist der herr schießt mich tot so kriegt man die down genau so hier ist nichts dann muss ich mir schuss schieß schiss schiss pulver oh guck mal an sind zwei drin kriege ich die platt ich habe keine waffe mehr verdammt das ist der anführer kann das sein oh bitte ich lasse mich hier raus lass mich hier raus und öppah nein 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 no ich will ihn hier alle mal mal platt machen hier nein 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 warum hat jetzt ewig gebraucht bis zum reagieren wieso oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020